Unter einer halben Stunde werdet ihr uns niemals hier finden. What? Er hat mich auch im Schwung. Legende. Ja, wir haben... Wir haben jetzt eine Event-Server-Lobby. Ja, ich bin selber überrascht. Ich wusste das nicht. Wir haben eine Event-Server-Lobby hier jetzt in Minecraft. Erstmal herzlich willkommen an der Stelle hier an alle, die eingeschaltet haben. Wir spielen heute Heiden Sieg. Allerdings spielen wir heute Heiden Sieg auf einem bisschen anderen Level. Normalerweise versteckt ihr euch ja, ja? Und das Ding ist, ihr seid alle extrem schlecht da drin. Ihr seid dumm und schlecht, ja? Jetzt aber, meine Freunde, jetzt wird's wild. Denn ich habe mir vorgenommen heute, dass ich mich verstecken werde. Ja, also quasi, ich werde euch meinen Stream schön schwarz machen. Wenn ich mich verstecke, dann steht da ein NPC. Und ich kann euch zuschauen, wie 100 Leute versuchen, mich hier in Minecraft bei Heiden Sieg zu finden. Das ist doch eine mega geile Idee, oder? Eins in den Chat, so ihr es feiert. Zwei in den Chat, wird weggebannt. Big Mac, schnell weg mit denen. Ganz einfach. Ich bin mal gespannt, wie sich das gestaltet, wenn 100 Leute versuchen, meinen Shiny-Ass hier irgendwo zu finden. Das wird eine ganz wilde Nummer, da bin ich mir sicher. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, Leute, wir fangen mal an. Ihr kennt ja das Prozedere, Leute. Es wird geweiht, ist in den 3, 2, 1. Elhamdulillah, let's go. Ja, und der Server füllt sich hier auch an der Stelle schon unheimlich schnell. Es ist ja wirklich toll, wie meine Community hier. Also, das ist ja insane, Alter. Wirklich eine geile Nummer. Leon, erkläre mir doch mal ganz kurz, wie die Leute mich gleich finden können. Also dann. Wir beide werden gleich beim Start erstmal in die Map teleportiert. Wir können uns ein Versteck suchen. Wenn du sneakst, sneakt auch der NPC. Also nur, wenn du sneakst, sneakt auch der NPC. Der Name-Tag könnt ihr aber trotzdem nicht sehen. Du musst nicht sneaken. Die Map ist übrigens wieder gebaut von dem guten Yorkshire. Ist richtig, ne? Genau. Und der hat sich da wieder Mühe gegeben. Also, naja, ihr wisst, ihr kennt den Running-Gag. Schreibt den beiden auf Instagram, wenn ihr irgendwas wollt. Obwohl, das, ja, macht's einfach. Dann sind die genervt. Brudi, starte es rein. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier. Wenn ich jetzt hier rechts klicke, steht hier ein Revi. Wenn ich sneake, steht hier ein sneakender Revi. Und den müsst ihr finden. Und wenn ihr den findet, was müssen die dann machen? Ganz einfach, einmal schlagen. Schlagen oder Rechtsklick machen. Dann wird uns auch angezeigt, wer... Oh, ich wurde von Revinzeit gefunden. Wir machen mal ganz kurz trotzdem den Overview von der Map. Ich werde euch, wie gesagt, nicht zeigen, wie ich mich und wo ich mich verstecke. Aber ich zeige euch mal ganz kurz die Map. Hier, Yorkshire, der Joost, The One. Joost freut sich auf jeden Fall auf die ganzen Nachrichten. Und Leon natürlich auch auf Instagram. Wir haben hier eine Star Wars-Map. Ich sehe eine Menge, äh, das sind das 8080s, glaube ich, ne? Wie heißen die Walker hier? AT-AT-Walker? Ich weiß es nicht, glaube ich. Okay, wir haben hier auf jeden Fall ein Schiff. Ich fliege mal ganz kurz hier rum, Leute. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal ein Millennium-Volken. Dann haben wir hier einen riesigen Wald. Und das ist es dann soweit. Also wir haben hier auf jeden Fall einen schönen großen Wald auf dem Planeten, wo die Ewoks wohnen, dessen Namen ich vergessen habe. Ich weiß es nicht, Leute. Äh, man kommt auf paar Bäume auch hoch und dann kann man auch, äh... Jump'n'Run-mäßig, genau. Ja, ja, richtig, glaube ich, ja. Das hat, äh, Yorkshire hat mir gesagt. Ey, ich gehe jetzt mal auf Full-Face-Cam, Leute. Und dann verstecke ich mir mal. Das ist halt die Frage, wo ich es am besten, Leute? Also, versteckt bin ich auf jeden Fall. Ähm. Oh nein. Man hat's, nein, man hat nicht im Küchen... Man hat... Stopp. Man hat... Man hat... Ihr habt jetzt nicht im Kühlschrank geguckt, wo ich mich versteckt hab, oder? Hat man's gesehen? Hat man das jetzt... Ey, hat man das jetzt wirklich gesehen? Hat man wirklich gesehen, wo ich mich versteckt... Digga, ich gehe auf Full-Face-Cam jetzt. Ich mach's nochmal. Digga. Also, ihr seid ja... Ihr seid ja... Ihr seid ja... Komplett-Tryhards, Mann. Man hat das nicht erkannt. Ich gehe hier kein Risiko, Leute. Ein paar Sekunden später. So, ich hab mich erst versteckt. Ja, Junge, wild, Alter. Wildes Versteck. Okay, Leute. Soll ich warten? Ich würde sagen, 100 Spieler suchen uns bei Hide & Seek Minecraft. Ich bin mal gespannt. Sucht die NPCs. Also, Digga, wer jetzt denkt, dass ich mich hier ganz lost direkt hier versteckt hab, das ist natürlich insane-dumm. Also, wenn ihr wirklich denkt, dass ich so dumm bin, ist so nicht. Auf jeden, Digga. Das dauert ja Jahre. Das dauert ja safe Jahre, bis uns hier jemand findet, oder? Ist ja schon eine gut, ordentlich große Map. Das Ding ist, die Map ist halt riesig und die Bäume sind halt auch insane. Also, die werden uns... Unter einer halben Stunde werden die uns niemals hier finden. Du kannst halt auch in jeden... Für diesen Fightern da rein. Ja, 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 ja. Aber diese Fightern sind ja auch riesig groß, ne? Kann nicht ja auch überall drin sein. Ist halt sauassi, ne? Ist halt wirklich... Digga, hier in der Ecke hätte man sich verstecken können und so. Also, ich sag's mal so. Das wird eine ganz, ganz miese Nummer werden. Okay, wir sehen auf jeden Fall verschiedene Herangehensweisen. Wir sehen ein paar Leute, die hier direkt am Boden herumkriechen. Und ein paar Leute, die auch die ganze Zeit immer runterfallen, weil sie halt hier sterben, Alter, weil sie dümm sind. Die meisten sind immer noch am Boden. Ob das ein Fehler ist oder nicht, das kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich sag mal so, der eine mag es lieber bodenständig, der andere ist ab in DR. Mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. Ich glaube, das war schon Hinweis genug, ja? Wir machen das hier auf ganz, auf ganz wieder Basis. Ich hätte ja auch hier im Millennium Fall, könnte ich ja auch drin sein, ne? Ist auch schön ausgestattet, das Ding hier, ne? Kann man ja nicht anders sagen, ne? Gefällt, gefällt. Hier haben wir auf jeden Fall Elementa Gaming, der ja schon durch die Bäume am Sneaken ist. Aber Jungs, ich sag's euch so. Ich hab da ganz kurz mal vielleicht... Naja, aber ich sag's euch nicht, ich sag's euch nicht. Lea und dein Versteck ist aber halt auch echt eklig, ne? Das ist richtig ekelhaft. Das hat wirklich einen Much versteckt, Digga. Das ist, das hat wirklich widerlich. Einer schreibt unten in einem Baum. Sehen diese Bäume? Ah, einer ist schon relativ nah bei mir. Echt jetzt? Mhm. Darf ich sehen? Also die sind schon mal relativ in der Nähe. Damn, Bro. Man kann wirklich hier unter die Bäume drücken. Okay, darf ich mal zu dir kommen? Unter der Erde, glaub ich. Ah, ja. RME, Mann. Oh mein Gott! Digga! EP! Insane! Deines ist aber auch wirklich fies gewesen. Zwischen den Blättern hier oben. Bro, er hat mich hier wirklich gefunden, Alter. Moin, Junge! Hör auf mich zu schlagen, bitte. Digga! Boah, Junge, wild. Wild, 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 wild. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Aber, ich sag mal so, auf der Map hier, ja, es ist eine Leistung. Definitiv. Nächstes Mal stelle ich mich einfach hier ganz oben irgendwo drauf, wo keiner hinkommt. Da könnt ihr mich gar nicht finden, Alter. Okay, aber Leon ist noch nicht gefunden, Digga. Wir haben Leon immer noch nicht gefunden, Alter. What? Oh! Digga, was? Oh! Team Hosey Boy hat ihn gefunden. Der war hier, genau hier im Baum. Digga! Oha! Schaut euch dieses Versteck an. Junge, wild. Digga, das ist auf jeden Fall mehr Glück als Verstand gewesen. Ganz klar. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Digga, sie haben vom Meister gelesen. Sie sind auf richtig eklig gegangen, Alter. Sie sind auf richtig eklig hier. Bleh! Ich gehe wieder auf Full-Face-Cam und ich sage es euch so, wie es ist. Wenn ihr es jetzt schafft, unter 10 Minuten, Respekt. Es ist ein Versteck. Es ist auf jeden Fall ein geiles Versteck, was ich hier habe. Definitiv. Ja, hier kommt man auf jeden Fall, also man kommt auf jeden Fall dahin, wo ich bin. Also es ist halt tam asozial. Mit dem richtigen Mindset geht das auf jeden Fall, Digga. Wir starten zurück. Runde Nummer 2. Let's go, der Hase, Digga. Auf geht's, Digga. Befreit euch, meine Freunde. Schwärmt aus. Unter 10 Minuten. Es ist 43. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hinbekommt oder nicht. Ich sage mal so, es ist asozial, aber machbar. Also wenn ich jetzt so schaue, wie schnell ihr mich gefunden habt, ist das schon noch echt reasonable. Also ganz ehrlich so. Alle gehen wieder nach oben in die Blätter. Okay. Alle wollen sich hoch hinaus. Lol. Als ob. Lol. Als ob. Mom. What? Digga, das ist... Ey, ob es der nicht wirklich so stehen gefunden hat, vor allem er wieder. Er hat dich ja gerade gefunden. Ja, Digga, ey, cheatet doch rein. Der cheatet doch rein, Digga. Das ist doch ein Bot oder sowas. Das ist irgendeine KI, die hier sucht, Digga. Ja, das ist... Nee, 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 nee. Bruder. Mike-Tech, so nicht, Minion. So nicht. Du wirst jetzt unter Beobachtung gestellt, Kollege. Digga, der, 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 der cheatet hier rein. Safe. Jetzt macht er hier auf normalen Suche. Also ich sage mal so, dein Versteck war okayisch, ne? Also Short-Bite lag halt hier im Wasser. Das ist schon nicht schlecht. Sag mal so, wie es ist. Ihr müsst euch jetzt erstmal noch finden, Leute. Ihr müsst euch jetzt erstmal noch real f***ing Talk noch finden. Und das wird eine Menge, Menge Zeit brauchen. Ich gebe euch so kleine Hinweise hier. Kleine Hinweise gebe ich euch hier. Aber mehr gebe ich euch nicht, ja? Oh mein Gott, halt's Maul. Halt's Maul. Halt dein, halt dein, das ist nicht, das ist nicht wahr. Bro. Bro. Nein. Der hat mich, Digga. Der hat mich. Oha. Der hat mich, Digga, guck mal. Okay, man kann hier um die Ecke jumpen, dann kommt man da rein. Das geht. Wenn er das jetzt schafft, Digga. Wenn du das jetzt schaffst, Flabble. Einer von euch muss es schaffen, hier reinzuspringen, um mich zu holen. Digga, ich habe mich hier so asozial versteckt. Oh, das ist wirklich fies. Das ist mega fies. Man kann halt hier um die Ecke springen. Eins nach oben, weißt du? Und dann halt in die Barrier durch die, Digga. Da bin ich drin. Guck mal hier. Tippe mal bitte alle Spieler hier runter. Tippe mal alle Spieler nach hier unten, Digga. Digga. Wie sie alle hier reinsneaken und hier hochkommen wollen. Wie sie hier alle auf der Leiter hängen. Guckt es euch an. Klaut es euch an, Leute. Schaut es euch an. Alle wollen sie mich catchen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wird das jemand schaffen hier neben Leben? Das Ding ist, ihr habt den falschen Weg gewählt. Der Typ ist wieder hier. Der hat doch ein Flyhack. Ihr müsst über die Bäume gehen. Er hat es versucht, er hat es nicht geschafft. Hat der keinen Schaden bekommen? Die gehen wirklich über die... Äh, nee, der hat wirklich keinen Schaden bekommen. Also ich glaube, an der Stelle heißt es mal Big Mac. Bannen den direkt für zwei Wochen, Digga. Weg mit dem. Das ist eine ganz fiese Nummer hier, Alter. So, jetzt einmal um die Ecke springen und da rein. Das schaffst du. Mit Anlauf. Digga, so nicht. Hier mit Anlauf und dann da rum. Das geht. Alle versuchen hier gerade wie die Hyänen in die Bäume zu kommen, Digga. Okay, kriegt er es hin? Der Jump'n'Run, Bruder? Reinsneaken, Digga, reinsneaken. Oh, jetzt kommt Endragon. Rittiger F***er, Digga. Endragon 99, jetzt deine Chance. Wird Karma dich... Wird Karma dich... Oder nicht? Er hat sich geschafft, Digga. Was für ein Larry. Er schlägt wen anders runter und schafft es dann nicht. Ganz, ganz traurige Nummer. Okay, Leute. Wen haben wir hier jetzt noch? Kommt schon. Einer wird es ja wohl hinbekommen. Lord Gamer hat immer noch nicht gerafft, wo ich bin. Lord Gamer, bitte. Okay, tschüss. Lord Gamer, wo rennst du hin? Digga, das ist doch... Die wollen, wie sie alle irgendwie abgehauen sind. Wo sind die jetzt alle hin? Ich habe eine Ahnung. Die sind alle wieder pürpür abgehauen. Die sind die Lost. Ja. Der Henning liegt da einfach am Boden. Jungs, war es das? War es das jetzt oder was? Traurig. Lord Gamer, bitte. S*** dich rein, Digga. Lord Gamer. Volley Toss lässt dich vor. Lord Gamer, jetzt spring auch. Nein. Volley Toss. Er versucht aber parallel den Antizid zu schlagen. Nee, das dürfte ja nicht. Maxi Bexli, du bist so ein asozialer bist du, Digga. Du bist so ein asozialer Maxi Bexli. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Im Sprung. Legende. Legende, Digga. Maxi Bexli, du Kleiderhinterheld, Digga. Digga. Ganz, ganz wild. Maxi Bexli, der Pro. Romjoks, warst du es an der Stelle mal wieder. Absolut ehrenlos, dass du dir den Account gesneekst. Leute, das war es von 100 Spielersuchen mich bei Heidenzyk. Riesiges Dankeschön an Leon Shortbyte und den guten und lieben Jorkscher. Dankeschön dafür. Wenn ihr Bock habt auf weitere Events auf anderen Maps diesmal, meine Freunde, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe jetzt zum Beispiel vor, ein Event zu machen mit 100 NPCs und ich bin da drunter der echte. Wäre ja auch eine Idee, ne? Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es geil findet. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.